so moin moin und herzlich willkommen zurück zu let's play the forest ja letzte folge haben wir festgestellt oder was heißt in den letzten aufnahmesession festgestellt wie man auf dem boot fährt hier und haben auch eine höhle erfunden und auch herausgefunden dass wir hier auch beim ersten mal drauf gehen warte mal die kamera ein bisschen moment ich bin immer noch überleuchtet lassen wir das mal so sich das komplett aus dann ja und dass man beim ersten mal wenn man drauf geht hier nicht direkt ganz tot sondern er wird und ich habe mir überlegt gehabt so da wir jetzt auch seit der letzten folge eine karte haben dass wir hier uns mal ein bisschen die gegend der kunden gehen und mal schauen und rausfinden was wir so alles finden können wir überleben das auch alles das sieht auf jeden fall auch schon raus wie kann man hier irgendwie mit dem ding hier dann ist auch noch irgendwas auf dem hügel ein bisschen angst habe ich auch nicht dass wir hier gleich irgendwann wirklich drauf gehen ich bin ich bin und ob wir da irgendwas holen können wie zum beispiel alkohol sonst kann ich auch nichts holen total noch eine ich will mal was ausprobieren kommt und eine tote möbel dann nehme ich auch mal mit hier diesen giftig die können wir nicht essen warum ist interessant aber sieht schon ein bisschen unruhigend aus hier mit dem oben wäre auch richtig geil für so eine siedlung das ist ein schiff da müssen wir gleich mal hin aber ich will erstmal hier gucken ob hier vielleicht irgendwas gibt es zu entdecken glaube ich den hier kann ich nicht fällen irgendwas da die chikore haben wir voll ganz vorsichtig haben wir es geschafft ich gehe mal außenrum hier und schaue mal wo der nächstbeste weg ist da zum boot oh so da nice so das hat ihn gesammelt nice komm komm so du auch ja du auch ja nein ok die gehen weiter die ziehen weiter die haben mich jetzt nicht sehen die rennen weiter sehen tue ich die jetzt auch gar nicht ja aber das boot ist nice und bildkröte wieder ich hoffe ich werde jetzt hier nicht von einem hai oder so attackiert hätte jetzt wenig lust drauf ich bin auf dem boot am edition jacht top brands of 1984 aber was haben wir denn hier hier brauche ich irgendwie einen code oder so ein bild alkohol wieder mal gibt's geld kind wird vermisst das hat ein spieler gesammelt musiklaus glückluftflaschen gesagt nice hier könnte ich auch rein theoretisch schlafen speichern ich will da rein was stand da jetzt mhm aha ok paar sachen sind da auch ein bisschen verstörend zwei steuerräder ok sonst noch irgendwas ein seil haben wir genug schade hätte die wohl gerne mitgenommen so jetzt ganz schnell an land ich habe angst hier anzutreffen oder so die sind ganz gut im süden ok die sind hier also im süden ein bisschen knistern habe ich mir angst irgendwie wenn ich jetzt auch ein bisschen still bin nur ich bin auch ein bisschen so konzentrieren interessiert darauf die ureinwohner hier zu hören dass ich nicht gleich von denen überrascht werde ok wahrscheinlich noch so weit unten auf der karte brauche ich vielleicht noch ein stück von der karte mit gleich so riesig dass ich ihn wie mehrere teile brauche irgendwie die gegner böse ich habe mich von dem holzstück da erschrocken großen da ich habe hunger moment dem einfaches feuer wie ja dann legen wir den schmerz wird auch langsam dunkel glaube ich hätte es schon sinn machen wieder nach hause zu gehen aber noch mal bambi ja lassen wir nach hause gehen langsam kriege ich auch eierflatten richtig schiss langsam kriege ich auch nicht in der in der in der nein in in oben 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 oh scheiße beim ausdauer tanken schnell genauso oder hier zumindest in diesem wasser gibt es zum glück keine haie hoffentlich in denen manchmal mal ein bisschen doch wieder hier so ein bisschen mehr sehen laufen die mit ihren fackeln die suchen nicht mich okay schon aber das nicht extra jetzt wegen mir hier sind ja den sternhimmel haben wir auf jeden fall aber ich würde sagen in einstellung machen wir vielleicht doch ein bisschen mehr wenn man schon ein bisschen mehr sehen muss jetzt mal zu hause diesen weg müssen wir lang und wir riskieren es mal neues tier entdeckt wie weit sind wir zu hause sehr weit weg hätte ich vielleicht nicht riskieren sollen umherzulaufen muss ich naaus nein nein Nein! Nein! Nein 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 nein! Oh mein Herz rast! Scheiße! Was ist hier? Ah der Strand! Wir sind wieder zuhause! Ja ich weiß nicht ob ich Hunger habe, aber ich will jetzt mein Haus! Muschiklaus war's nicht schlimm genug! Wir lassen ihn mal auf und durch! Erstmal in Sicherheit! Ja ich weiß nicht, ich habe Durst, ich habe Hunger, ich habe Müde, ich habe alles! Oh! So! Ne, das wollte ich jetzt nicht, ich wollte das hier... Oh! Im Wasser kochen! Okay! 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 Ich habe jetzt keine Ahnung, ob das was bringt. Aber ich brüste den hier vielleicht mal wieder aus. Wie jetzt, habe ich jetzt kein Wasser gekocht damit? Aber wir können hier, wo warten das noch mal? Baumstammlager, jetzt die Dinger offiziell jetzt mehr draufpacken. Dann haben wir hier eins, mit nur drei Stöcken bringt es nichts, dann hier neben nochmal eins her, und hier auch nochmal eins, so, und ein bisschen noch, so. Hat er mich eben abgeworfen? Ähm, ne, nicht Baumenü, wenn wir da sind. Da ist der Bogen. Ja, ich weiß, mir ist kalt und ich bin nass. Ich bin der beste Bogenschütze dieser Welt. Komm, komm, trau dich, komm. Komm, komm. Komm, komm! Komm, komm! Vielleicht notfalls hier oben auch immer so eine kleine Feuerstelle, wenn wir mal einstellen. Leuchtfeuer. Ne, ein kleines Lavafeuer. dann aber vielleicht zumindest, zumindest hier und ihr? Komm mal her hier bin ich dabei? Kommt her Wo sind die anderen beiden? Komm Na komm Ah von dem habe ich die Kräule Ich kann ihn mitnehmen Oh da liegt noch ein Zahn Brennen sollen sie Ich gehe mich einmal waschen Eben noch Luxora Oh da kommen schon zwei auf einmal Das ist mir ein bisschen zu viel Ja komm rein Komm geh schwimmen Komm her Boah der hört sich schlimmer an als die anderen So Warte mal Das ist doch ne geil Liedi Genau so Wo ist der andere? Geil Beide tot So Dann machen wir hier So Und Ein kleines Lagerfeuer Jetzt zur Sicherheit nochmal hier hin Weil es nochmal jemand kommt Das wollte ich jetzt so nicht Ich wollte das So Ah Knochenrüstung Verbesserter Sperr Knochenfeile Hier ist Wir haben Knochenrüstung Und ich wollte den hier wieder aufsetzen Sobald die alle da fertig ausgebrannt sind Aber ich wusste noch von Bronco und Tobis Let's Play Dass man irgendwie was mit den Knochen machen konnte Auf jeden Fall So Machen wir hier nochmal ein Feuer Den setzen wir da drauf Und Ah dahinten ist schon wieder einer Gefällt mir nicht Gefällt mir gar nicht Gefällt mir nicht Gefällt mir nicht Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020